Es ist 4 Uhr. Es ist Zeit für das Feierabendbier. Hier ist der Podcast Kein Bier vor vier mit Heike und Gregor. Und das ist der Podcast, in dem die Heike und der Gregor einmal im Monat zusammenkommen und ein Bier zusammentrinken und so ein bisschen miteinander snacken, würde man so in Norddeutschland sagen. Ein Feierabendgespräch führen. Nicht lang snacken, Koppinacken. So drastisch sind wir nicht. Ich möchte direkt zu Beginn mal darauf hinweisen, dass ihr uns übrigens auch bei Facebook findet. Da schaut ihr einfach mal nach Kein Bier vor vier oder bei Instagram. Das sind ja heute diese neumodische Tüdelkram, da wo die alle sind. Die Links findet ihr aber auch auf bierpodcast.de. Da könnt ihr ja mal, wie sagt man heute, ein Like dalassen. Das tut mindestens genauso weh wie Tschüsseldorf. Das kommt aber hingegen am Ende der Sendung. Aber am Anfang der Sendung tut es auch weh. Ja. Heike, was hast du für ein Bier? Ich habe ein Standardbier, damit wir die Sendung heute etwas kürzer halten können. Ja, ich sage es auch direkt vorweg. Ihr hört es vielleicht. Ich klinge, also ihr könnt heute prima einen Basstest mit euren Lautsprechern machen, mit meiner Stimme. Ich bin ein bisschen kränklich und mag heute auch nicht so lang. Nächstes Mal gibt es wieder mehr. Und ich werde jetzt mal einen Sendungstitel vorschlagen, den ich in meinem Ordner auf dem Handy My Recordings gefunden habe. Oh. Und der lautet, wenn ich mal nichts zu tun habe, dann werde ich der 470.000. Autorücklichtdesigner von Deutschland. Ja, das ist ein Job. Da hat man auf jeden Fall viel Konkurrenz, glaube ich. Es gibt ja sehr viele verschiedenste Autorücklichter. Ich weiß nicht wann, genau. Ich weiß sogar den Tag. 22. November 2019 habe ich das aus irgendeinem Grunde in mein Handy reingeranzt. Beziehungsweise, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Aber in der Zwischenzeit ist viel passiert und Autorücklichter ist tatsächlich momentan auch so ein Job für mich, da hinterher zu gucken und zu denken, nee, wie kann man nur, ne? Viel alber, da finde ich ja die Blinker, wo sich so der Blinkebalken so aufbaut. Ja. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, meine Mutter, die hatte jetzt ein Erlebnis, da hat sie mir am Samstag ausgiebig von erzählt, die waren irgendwie unterwegs und sahen in einiger Entfernung irgendeinen 30 Zentimeter großen Leuchtblinker, der sich auch irgendwie so ein bisschen aufbaute oder so. Und die wussten nicht, was das ist, wurden langsamer und langsamer und noch langsamer und sahen überhaupt nichts. bis dann auf einmal vor ihnen sich materialisierte ein Container großer schwarzer Gegenstand, an dem dieses Leuchtflämmchen, dieses 30 Zentimeter Leuchtstäbchen angebracht war und dieser 30, also dieser Container große Gegenstand in tiefem Schwarz, der machte sich gerade dran, rückwärts auf die Straße zu setzen und dann stand sie auf einmal, stand vor ihren Scheinwerfern ein übermannsgroßes Rad. Und der Traktorfahrer, der da im Dunkeln mit diesem Lämpchen rumfantasierte, der hat es glücklicherweise mitgekriegt und hat dann angehalten und ist nicht weiter aus der Einfahrt gefahren. Jetzt wollte ich gerade überlegen, könnte ja ein alter Trecker sein, die sieht man vielleicht nicht so gut, aber die haben normale Blinker. Die hat so einen Schreck gekriegt. Muss ja irgendwas Modernes gewesen sein. Das war wirklich, also das war wirklich so, als würde die Titanic im Dunkeln auf dich zukommen und hätte vorne nur so eine LED, so eine kleine LED-Funzel. Ja. Und die hat sich erschreckt bis zum Gehtnichtmehr. Sie sagt, es war Glück, dass sie schon einfach nur durch dieses Blinklicht, was sie schon seit vielen, vielen Minuten gesehen hat, dass sie deswegen langsamer und langsamer wurde, weil sie konnte das überhaupt nicht einschätzen. Und dann war das echt nur so ein 30 Zentimeter Blinky Blinky. Hallo, hier kommt ein schwarzer Container. Bitte nicht wundern, wenn sie gleich drauf fahren. Und jetzt sieht man ja in der Regel nicht so gut, was beim eigenen Auto passiert, wenn man da Licht oder Blinker drückt. Und ich wurde jetzt, nachdem wir das Auto, jetzt muss ich kurz überlegen, anderthalb Jahre haben, von meinem Sohn, acht Jahre alt, darauf hingewiesen, dass wenn ich blinke, vorne das Tagfahrlicht währenddessen ausgeht. Ja, das machen die meisten. Das habe ich, also das habe ich noch nicht gemerkt. Nee, die machen dann quasi den Blinker so lange an, also blinken sie im Prinzip mit einem weißen und einem orangenen um die Wette. Ja, ja, das also, hat doch früher auch allgelangt. Da muss immer irgendwie noch was dran entwickelt werden, dass man wieder irgendeine, irgendeine bescheuerte Innovation hat, die aber keine Innovation ist. Das ist eine Lampe. Ja. Jetzt die Frage, habt ihr auch ein Blinker-Geräusch? Ja, den kann man sogar, also ist ein Renosoi, anderthalb Jahre alt, einer der letzten. Nee, ausschalten nicht, man kann die Lautstärke verändern. Mach mal ein Bier auf. Ich mache das auch danach. Lautstärke kann man verändern und man hat die Auswahl zwischen drei verschiedenen Blinkertönen. Und zwar Mip, 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 Mip. Und ich ertrage nur, überhaupt nur einen gerade so auf niedrigster, ja, niedrigster Lautstärke. Ich würde ihn gern ausschalten. Ich brauche das nicht. Ich sehe doch, was da blinkt. Ich finde das immer so lustig im Omnibus. Die haben ja auch alles jetzt irgendwie gesteuert, also irgendwie intelligent gesteuert und bei denen macht das Blinker-Geräusch immer Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Also noch unregelmäßig. Ja. Die haben da sozusagen einfach ein Audio-Pfeil anscheinend, das dann aber nicht so geschnitten ist, dass es genau aufeinander passt. Ja, da war das vielleicht eher einer der günstigeren Busse. Es hätte vielleicht auch noch ein hochwertigeres Modell von einem anderen Hersteller gegeben. Kostete dann nur 300.000 oder so. Nein, das hat mich wirklich total irre gemacht. Aber das ist auch ein Audio-File. Ich würde ja gerne eigene Sounds draufladen. Es geht immerhin mit eigenen Benutzerbildern. Ja, oder halt irgendwie auch so als Motorgeräusch, weil eine E-Auto ist ja leise. Die machen unter 30. Machen die ja so Weltraumgeräusche. Ja, so ich fahre. So unter 30. Warum kann man da nicht irgendwie einen schönen Traktor aufspielen oder so? Doch, das machen wir auch am 1. April. So, ich mache jetzt auch mal mein Bier auf. Ich hatte es ja letzte Sendung erzählt. Wir reden nur noch dumm Zeug. Wir haben ja wieder Bier gebraut und heute... Heute geht es schon vorm Trinken los. Oh, das war ein bisschen fumpiger als das letzte Mal. Das war gut. Das war nämlich eine der ersten Flaschen, davon die geploppt hat. Ah, okay. Vielleicht würdest du die alle länger machen. Du würdest die alle länger ziehen lassen müssen. Oh, das schäumt auch schön. Also ich habe manches in Literflaschen und manches in Halbliterflaschen. Das ist jetzt ein Halbliter. Vielleicht haben die irgendwie besser. Es ist ein... Das Bier nennt sich Theresien Urmerzen. Ich liebe ja Merzenbier. Und prangere an dieser Stelle mal an, dass man kaum gute Merzenbiere zu kaufen kriegt. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die so gut sind, dass man die lieber schnell im eigenen Bedarf wegschnabuliert. Ja, es ist jetzt das zweite Mal, dass ich mir Merzen gebraut habe. Das andere Mal ist schon einige Jahre her. Da habe ich das gemacht und wusste, jo, das ist so das Merzen, was ich gerne hätte. Ich habe mal eins getrunken in so einer Brauereigaststätte in Heidelberg, was wirklich gut war. Und habe dann auch irgendwo in Heidelberg von Löwenbräu noch in Merzen probiert. In irgendeiner anderen Kneipe. Das war auch wirklich gut. Aber alles, was ich so im Getränkemarkt bisher mal gesehen habe, wo Merzen draufsteht, hat mir nicht geschmeckt. Ich kaufe da bewusst nur noch zwei Flaschen von, um erstmal zu gucken. Zwei kriegt man leer. Ja. Notfalls zum Kochen. Und dann kann man ja auch erstmal gucken, bevor man da von der Kiste kauft, wo man sich am Ende denkt, wie kriege ich denn die Kiste los? So viel kann ich ja auch nicht kochen. Ja, da war der Gulli. Ja, das muss ja auch nicht sein. Ja, das ist auch fies. Wollen wir mal dran riechen. Oh. Du klingst verstopft an der Nase. Ja, ich wiederhole nochmal. Wir können gerne heute mal einen Basstester, Kopfhörer und Lautsprecher unserer Zuhörer machen. Ich kann ja mal so ein bisschen vor mich hin brummen. Ich probiere einfach mal. Achso. Also nicht mit Bier im Hals brummen, bitte. Achso, nee, das klingt unanständig. Ja. Sehr viele verschiedene Malzaromen. Alle auf einmal. Ja, es waren drin, glaube ich, drei. Das war ja eine Mischung. Und Hopfen waren es, jetzt muss ich überlegen, waren es zwei oder? Nee, es waren zwei. Zwei verschiedene, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten reingegeben wurden, was dann damit zu tun hat, der eine da hat mehr Zeit, dass sich da auch Stoffe von verflüchtigen können, wobei die beim anderen eher später kamen. Und jetzt kennst du ja so Pale Ale, da wird durchaus mal so zehn Minuten vor Ende erst noch ein Hopfen nachgegeben. Der hat eigentlich kaum Zeit, sich zu verflüchtigen, weil es dann schon wieder abgekühlt wird. Das sind dann diese besonders bitteren Pale Ales. Ja, dann hast du quasi die harte Variante. Also ich meine, ich mag ja gerne bitter. Ich auch. Also ich liebe Pale Ales. Und muss an der Stelle mal anmerken, dass ich, ich habe ja hier mal lang und ausgiebig von einem irischen Papp in Mettmann erzählt. Da gab es ein Pale Ale aus Irland, Hop House 13 heißt das. Und ich habe jetzt gesehen, dass man das bei Rewe kriegt. Und das schmeckt sogar aus der Flasche. Okay. Also man hat es ja manchmal, oh, das war gut, das möchte ich mir mal kaufen. Aber dann schmeckt es aus der Flasche irgendwie ganz anders wie gezapft. Kann ich sehr empfehlen. Ja, da werde ich, werde ich mal darauf achten, wenn ich das nächste Mal da bin. Ja, also musst du bei Rewe mal gucken. Ist so ein, so ein Kreis mit einer 13 drin, Hop House. Gibt auch nur 03, aber ja. Gucke ich einfach mal, also ist, ist eine Idee, weil ich stehe öfter mal vorm Rewe, wenn ich irgendwie losfahre am Montag, um mein Katzentier anzumalen. Katzentier. Du malst ein Katzentier an. Ja, ich habe das schon ein paar Mal hier erwähnt. Und zwar die letzten Monate eigentlich immer nur so nach dem Motto, ja, ich habe das dann geflickt. Das ist eine Meter 80 und höhere, also eine ziemlich große Figur von einer Art gestiefelten Kater. Und die hat eine Frau mal gemacht aus Pappmaché und hat das dann vor zwei Jahren in den Keller eines Gemeindezentrums gestellt. Und da stand es dann so lange, bis meine Malkurslehrerin vom Mittwoch mich ansprach, ob ich nicht Lust hätte, das bunt zu malen. Und dann habe ich es erst mal geflickt, vier Wochen lang, habe da irgendwie alles ordentlich gemacht, dass man überhaupt malen kann und nicht jedes Mal so, ich male einen Strich zickzack. Oh, also das ist ja ziemlich schwierig, auf einem unebenen Untergrund wirklich gescheit zu malen. Wie hast du das gemacht? Mit Luftballons? Nee, die Figur war ja plus minus fertig. Ich musste nur einfach Löcher zumachen, also kleine Papierschnipsel drüber und mal was in Lücken rein, wo ich nicht vorhatte, die mit Farbe voll zu kippen. Und das einfach so noch mit ein bisschen Leim und mit ein bisschen weißem Papier noch mal schön zu begradigen. Ja, also eine schöne deckende Oberfläche nachher. Ja, dass sie, also ich sage mal, dass man einfach zum Beispiel hat, das hat das Wesen halt Hände, also für eine Katze hat es halt erstaunlich kleine Kinderhände und keine Pfötchen oder so. Aber die habe ich dann halt, damit sie nachher gut zu bemalen sind, relativ glatt einfach gemacht mit einem guten Schreibmaschinenpapier. Normalerweise nimmt man da ja Zeitungspapier und Packpapier und so Sachen für. Ja, ja, kenne ich auch so. Ja, und dann habe ich es erst, also so Hühnerdraht und Packpapier und ein paar Latten oder so. Und dann habe ich es halt erst mal an den Stellen, wo es ein bisschen feiner werden soll, habe ich es erst mal schön gemacht und dann habe ich Löcher gepflegt, weil es stand halt zwei Jahre im Keller. Und dementsprechend war das dann auch teilweise, keine Ahnung, ob die Mäuse hatten oder was. Hatte halt ein paar Löcher und passiert auch, wenn einer dagegen kommt, mit dem Finger durchpiekt und schon hat das Ding ein Loch. Ja, und dann habe ich jetzt angefangen, das schön bunt zu malen. Also erst mal flächig. Wir haben da erst mal einen Schal drüber drapiert, sage ich mal, so ein 2,80 Meter Scherpe. Haben geguckt, wie das gut aussehen könnte. Dann habe ich das mit Bleistift angezeichnet. Und habe da eine blaue Scherpe dran gemalt und danach einen roten Untergrund und was weiß ich, türkisfarbene Arme und sonst wie. Und bin da fröhlich vor mich am Hinstreichen. Und letzte Woche Montag, also diesen Montag, habe ich dann gedacht, ja, und weil das Tierchen so bunte Klamotten anhat, soll das ein grau getigerter Kater werden. Weil das grau getigert, glaube ich, sieht ganz cool aus. Das wird einen edlen Kontrast kriegen. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, und die zwei Sektkorken aus Plastik, die sie mir da als Augen reingedrückt hatten, die habe ich dann auch diesen Montag rausgenommen. Habe dann so irgendwie einfach mal quasi so Augenbrauenbögen gebastelt, unter die dann halt die normalen oder richtigen Augen sollen. Und jetzt hat das Ding auf einmal ein schönes Gesicht. Einfach nur durch zwei Bögen. Also eher mal was dran modellieren, wie draufmalen machst du? Mache ich jetzt auch. Also beim Gesicht, da will ich noch an der Nase ein bisschen arbeiten. Es soll auch noch ein Kinn kriegen, weil Katzen haben ja schon ein ausgeprägtes Kinn. Ja, ja. Das merkt man vor allen Dingen, wenn man die Katze unter dem Kinn kraulen soll. Ja. Dann siehst du auf einmal, was die da für ein Bollo hängen haben. Ich erzähle nur mal kurz mal am Rande, wir hatten ja den einen Kater, der da gebrochen war. Und da der Zwirbeldraht unter dem Kinn das wieder zusammengehalten hat, bis das verheilt war. Ja. Ja, das Katzen haben ein Kinn. Das, da kann ich leider ein Lied von singen. Ja. Ja. Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall, hat es jetzt eine linke Ringelsocke angebekommen. Die Stiefel sind noch weiß, die Hände und der Kopf auch. Mit sie langen Strumpf. Ja, ich habe jetzt den einen, habe ich in grün und blau Tönen versucht zu ringeln, aber das ist alles viel zu dunkel geworden. Aber ich sage mal, die Farbe ist jetzt drauf und heller machen kann man immer. Mhm, klar. Und es ging eigentlich nur darum, dass die Malkursleiterin, die Amelie, die saß halt daneben an einem anderen Projekt und die fragt mich dann immer, kannst du die Farbe noch brauchen? Weil die malt gerade so Holzstangen an, die später aufgestellt werden sollen. Und dann hat sie halt immer irgendwelche angemischte Farbe in Mengen, die schmeiße ich dann an Ecken, wo noch gar nichts gemalt ist. Zum Teil, um da weiter Lücken zu füllen und zum Teil einfach, damit sie irgendwo draufkommt. Und man kann das ja alles wieder übermalen und notfalls wieder weiß machen, fängt man von vorne an. Da ist ja jede Schicht Farbe, die tut dem Ding ja nur gut. Und wenn du auf Schwarz draufmalst, geht das vernünftig? Du kannst, mit Acrylfarbe kannst du problemlos mit einem Weiß über einen Schwarz drüber. Ah ja. Das kriegst du auch spurenlos weg. Ich habe das das letzte Mal zur Schulzeit gemacht. Da haben wir natürlich Luftballons und Zeitung und Wasserfarben genommen. Alles nicht so professionell wie bei dir. Das ist gruselig, ja. Aber es wurde nachher benotet. Und ja, lange her. Ja, das kann sehr gruselig enden. Also ich finde auch immer so bei Farben, da ist immer so dieser Punkt, die Leute, die meinen immer Wasserfarben und Buntstifte, das sei überhaupt nichts. Und dann geht man in einen Kunstbedarfsladen, da heißen die Wasserfarben dann Aquarellfarben und schon zahlt man das Zehnfache. Und dann ist das künstlerisch. Und dann kauft man die Buntstifte halt als Künstler, als Künstlerstifte und dann ist das auf einmal künstlerisch statt irgendwie billig Buntstifte. Ich gebe zu, dass normale Kinderbuntstifte und so nicht so farbintensiv sind. Aber es gibt ja auch Leute, die wollen gar nicht so farbintensiv. Die wollen ein sanftes Rosa und nicht irgendwie ein krachendes Filzstift Rot oder so. Also deswegen, also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Und wenn mir einer Fingerfarben hinstellt, dann male ich mit Fingerfarben. Also es wird gemalt mit dem, was da ist. Ja, ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Und das lebe ich den Leuten im Malkurs auch vor. Und weil das oft so ist, die kommen dann an, oh nee, ich kann das alles gar nicht. Ja, und dann kauft man sich halt Ölfarben. Und wenn man das dann mit Ölfarben auch gar nicht kann, weil es überhaupt nicht an der Farbe liegt, sondern schlicht und ergreifend. Die Leute, die glauben immer, ich kaufe ein Künstler, ich kaufe eine Leinwand und dann wird es ein Bild. Ich wollte gerade fragen, so ein Malkurs ist ja doch eher was, was man freiwillig macht. Warum geht man denn da hin, wenn man eh nur rummault? Man kann das nicht. Es ist doch auch irgendwie dafür da, um da mal was auszuprobieren und vielleicht zu lernen. Vielleicht auch wegen des Publikums, das dann da ist und sich voll nölen lässt. Das ist ja oft so ein sekundärer Krankheitsgewinn, sag ich mal. Also, dass man dann da hingeht und ich habe mit einer, habe ich diskutiert, da ging es dann um ihr Handy. Sie traut ihrem Handy nicht. Sie traut sich nicht, eine SIM-Karte da reinzumachen. Sie traut sich dies nicht. Sie traut sich das nicht. Und dann haben wir uns da, dann habe ich ihr einen Tipp gegeben, ach nee, das kann ich sowieso nicht. Und dann ging das Gejammer von vorne los. Also wirklich so, kennst du so Dauerschleifen, so Insert-Points in Programmen. Und die hat sich einfach nur in so eine Dauerschleife gehängt, bis ich zu ihr gesagt habe, weißt du was, wir reden jetzt schon zum dritten Mal über diese Geschichte und ich kriege zum dritten Mal von dir gesagt, du kannst das nicht. Also dann brauchen wir über das Thema auch nicht weiterreden. Ja, das muss man dann zum Selbstschutz irgendwann auch mal aufgeben. Und das habe ich vor allem für meine Begriffe ungewohnt sachlich und friedlich, da habe ich mich über mich selber gewundert. Da stand ich neben mir und klopfte mir auf die Schulter, hey, hast du es mal sachlich hingekriegt. Ja, das bringt dir auch nichts. Ja, aber früher war das dann immer, das kann ich nicht mehr sein. Weißt du so? Dann geh nach Hause. Ja, und dann die Leute so wegpumpen oder so. Aber das kannst du halt nicht machen. Ja, und ich habe auf jeden Fall meinen Spaß an der Malerei. Das tut mir auch sehr gut, da wirklich komplett andere Leute zu sehen. Momentan nur meine Kursleiterin, weil ein Mensch, der da sehr verbindend, also sehr gruppenschaffend tätig ist, der ist momentan in Reha. Der hat wohl eine Krankheit irgendwie und hat dann fünf bis sechs Wochen Reha verordnet gekriegt, die er mit großer Verspätung dann tatsächlich antreten konnte, sodass wir jetzt wahrscheinlich mal ein, zwei Monate da ein bisschen weniger Leute rumrennen haben. Aber macht ja nichts. Und ja, also macht auf jeden Fall Spaß, wird mittlerweile immer bunter. Ich muss irgendwann mal ein Foto bei mir auf den Blog stellen oder... Oder mir mal schicken, dann stell dich es mal in die Show Notes. Habe ich dir das noch nie was geschickt? Du hast mir mal was geschickt. Man sieht dich an irgendwas, muss ich gerade selber mal gucken. Ja. Ich fange mal an, im Internet zu surfen. La, 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 la. Ja, doch, ich habe hier ein Bild, das würde ich einfach mal mit in die Show Notes stellen. Also wenn das das ist, wo ich da sitze und dran pinsel, das darfst du nehmen? Das ist eins, da steht die Katze. Ja, ja, da tut die immer. Ich sitze halt manchmal. Nee, du sitzt, das ist so ein Hochkantbild und du sitzt nicht daneben. Ich kann aber auch das andere. Ich gucke gerade, ich glaube, ich habe dir das allerletzte Bild tatsächlich, doch, das habe ich dir zugeschickt. Ja, ich nehme mal das, weil da sieht man die Katze auch von vorne, bei dem anderen nur von der Seite. Ja, und ich habe dir eins geschickt, das hast du bekommen. Keine Ahnung, sagt er mir jetzt nicht. Ja, ich habe es. Das sind nur zwei. Das letzte 22. Oktober habe ich dir eins geschickt. Das kann sein. Haben wir überhaupt schon 22. Oktober? Ja, wir haben heute den 24. Zum Termin der Aufnahme und jetzt werdet ihr euch fragen, wie früh nehmen die denn Podcasts auf, weil der Podcast noch irgendwie ein paar Tage rumliegen wird. Wir bereiten das so zweieinhalb Jahre im Vorfeld vor. Also müsst ihr euch nicht wundern, wenn nachher im Hintergrund die Böllergeräusche von 2020 kommen. Manchmal passt es halt nicht anders. Ja. Aber wir reden ja auch über zeitlose Themen. Ja. Mehr oder weniger. Kann ich einmal ein zeitloses Thema bringen, was ja jetzt, von jetzt aus schon wieder alt ist. Mhm. Und wenn ihr es hört, auch nicht so viel älter geworden ist. Ich war mal wieder im Harz. Mhm. Das haben wir ja letztes Jahr schon gemacht, so über den 3. Oktober. Mhm. Der Harz ist, finde ich, ja so eine Urlaubsregion, der in Deutschland, glaube ich, mal eine größere Bedeutung hatte und heute mehr so, ja, gibt es halt auch noch, fahren viele Rentner hin. Sie geben sich stellenweise auch Mühe, mal jüngere Leute herzukriegen, schrecken sie dann aber ab mit irgendwelchen blöden Kurtaxepflichten, wo man dann selber aufs Rathaus gehen muss, erst mal angemault dafür wird, dass man da überhaupt Urlaub machen will. Letztes Jahr in Altenau genauso gewesen. Ja. Und da haben wir dieses Jahr gesagt, wir versuchen es nochmal. Mhm. Die Idee war, mit unserem kleinen, süßen E-Auto da hinzufahren. Das ist so von uns so knappe 300 Kilometer weg. Das mit den drei verschiedenen Blinkertönen zur Auswahl. Genau. Wir hatten uns aber auf einen beschränkt. Und das hat er natürlich hinbekommen, auch wenn gerne so ein paar Leute immer sagen, E-Auto schaffen so weite Strecken nicht. Das hat er ohne Probleme hinbekommen. Und bei den Buchen der Ferienwohnung sehe ich so, naja, steht eine Wärmepumpe davor. Man sieht auf den Bildern eine Solaranlage. Mhm. Trotz Ostdeutschland ist da scheinbar einer wirklich sehr vernünftig. Mhm. Fragst du den doch mal, ob wir auch das Auto bei dem laden dürfen. Ja. Ja, überhaupt kein Problem. Äh, schickt da hinterher Geld per Paypal, äh, 30 Cent die Kilowattstunde. Ja. Äh, macht einfach. Draußen unter dem Briefkasten ist eine Steckdose. Ja, prima. Ja, geil. Das hat letztes Mal einen Haufen Geld gekostet, diese Ladesäulen, die ja wirklich überteuert sind. Mhm. Und das da am Ferienhaus zu laden mit einem normalen Ladegerät an einer normalen Steckdose hat wunderbar geklappt. Ja, das ist doch Service. Ja. Und dann haben wir halt, wir waren in Nordhausen, mhm, ähm, in Nordhausen Bad Salza. Nee, Obersalza, Obersalza. Ist vielleicht manchen ein Begriff, da war mal ein KZ im, äh, dritten Reich damals da. Ja, ich wollte sagen, da klingelt bei mir ganz hinten was. Wir haben es uns nicht angeguckt, aber wir, ähm, sind immer in einer Kreuzung, wo einige Schilder darauf hindeuteten, in die andere Richtung abgebogen. Das ist auf jeden Fall da direkt vor Ort. Hätten wir mehr Zeit gehabt, hätten wir es wahrscheinlich auch nochmal angeguckt. Mhm. Ja, Nordhausen, weißt du ja, ist ja bekannt für was? Äh, ja, das war jetzt mein, keine Ahnung. Richtig, Nordhausen ist bekannt für Schnaps und Likör. Uh, die Nordhäuser Brennerei. Ja, dann weiß ich auch, und wenig davon gekauft. Einen Flachmann, das war's. Äh, ja, ich würde sagen, also ich meine, bei Schnäpse und Liköre, da bin ich auch raus. Das, das ist so gar nicht mein Thema. Ja, wir waren ja nicht da wegen dem Schnaps. Den hat man halt dann so im Supermarkt auch noch gekauft. Hm. Ja, es ist ja, ich, ich finde es ja immer wieder sehr bemerkenswert, du fährst nach Ostdeutschland und da ist sofort eine komplett andere Mentalität. Hm. Du gehst einkaufen, wirst an der Wursttheke erstmal angemault, dass du dich nicht richtig rum angestellt hast, bevor überhaupt ein guten Tag kommt. Okay. Es kommen noch mehr solche Geschichten, wo ich mir einfach so denke, das muss doch irgendwie, also so, so den Servicegedanken, gut, den gab's da früher nicht, weil sie hatten ja nicht viel und mussten das Beste draus machen und man musste sich ja auch anstellen, wenn man was wollte, aber es ist jetzt 30 Jahre her und dass das sich immer noch so hartnäckig hält in vielen Punkten. Das ist aber, du musst mal überlegen, 30 Jahre gilt sozusagen als eine Generation. Ja. Und das ist, 30 Jahre ist so gut wie nix. Hm. Ja. Und wenn du bestimmte Sachen gelernt hast, dann verlernst du die auch als Erwachsener nicht mehr und das Verhalten, das bleibt halt. Und ich meine, dass man sagt, 30 Jahre ist eine Generation, das ist halt nur so ein Spruch, weil die meisten Leute mit 30 quasi dann Kinder kriegen, ähm, aber letztlich wird so ein Mensch 80, 90, 100. Ja, natürlich. Und dementsprechend läuft der nicht nur 30 Jahre mit seinem Verhalten rum, sondern der läuft da 80, 90 Jahre mit rum. Hm. Und das geht nicht mal so von jetzt auf gleich zu wechseln. Das sind halt keine Klamotten. Das ist halt ein Charakter, ne? Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir die Zeit da schön rumgekriegt. Nordhausen, das ist so im Südosten vom Harz. Letztes Mal waren wir mehr so im Nordwesten. Wollten auf jeden Fall diesmal Richtung Ostdeutschland, dass man auch mal weiter hinten was machen kann. Ja. Und nicht nur vorne, weil man bewegt sich ja dann doch irgendwie nicht so weit weg von der Ferienwohnung. Man will ja nicht den ganzen Tag im Auto sitzen. Ja. Ja, haben wir ein paar Ausflüge gemacht, ein paar Museen angeguckt, ein ostdeutsches Fahrzeugmuseum, was nachher mehr aus Militärgeschichte bestand. Zumindest ein riesen Außengelände, wo man noch auf dem Panzer sitzend mitfahren konnte. Also obendrauf. Okay. Mir wurde da ein bisschen Bammel beim Zugucken, denn der fuhr da in die Schlammpfützen. Das Ding wackelte. Und ich dachte, Leute, ich hoffe, ihr könnt euch da vernünftig festhalten. Ja. Das sah schon abenteuerlich aus. Also ich sag mal, da sind wir sozusagen von unseren Karussells auf der Kirmes sind wir ganz andere Sicherheitsstandards gesehen. So Überrollbügel in Übermannshöhe und so. War da nicht. Zumindest habe ich nichts gesehen davon. Ja. Aber innen drin ganz schön, ostdeutsche Fahrzeugausstellung beinhaltete unter anderem auch einen Pommeswagen. Mhm. Ist wichtig. Ja, ist auch ein Fahrzeug. Ja. Und diverse Trabis und so natürlich auch. War alles ganz schön. Haben wir noch so ein bisschen Grenzmuseum angeguckt. Das war mir so der 3. Oktober, bis uns dann irgendwie das Wetter zu blöd wurde und wir gesagt haben, ach komm, wir fahren mal in die Ferienwohnung. Die ist nämlich auch eigentlich wirklich schön gewesen. Ja. Da verbringt man ja doch irgendwie die wenigste Zeit. Bisschen selber gekocht. Ist ja auch immer mal wichtig. Gerade hier mit meiner Frau, die so ihre spezielleren Unverträglichkeiten hat, wo man halt nicht so einfach essen gehen kann. Ja, das ist ein bisschen schwierig bei einigen Sachen. Das, ja. Da habe ich gleich auch noch eine Geschichte zu, die eine gute Nachricht und eine schlechte hatte. Ja, einen Tag haben wir gesagt, wir müssen mal wieder Dampflok fahren. Das ist ja im Harz planmäßig täglich möglich. Da fahren ja Schmalspurdampfloks. Zwar nicht so viele Fahrten im Herbst, im Sommer ein paar mehr. Auf den Brocken ist es recht teuer. Aber damit verdienen die halt ihr Geld. Irgendwie muss man es finanzieren. Und so auf den restlichen Strecken gilt ja auch das 49-Euro-Ticket. Ja. Und dann sind wir, bis direkt von uns, da war ein Stück gesperrt. Wir sind mit dem Auto bis nach Harzgerode gefahren. So dreiviertel Stunde weg. Haben da geparkt und sind mit dem Dampfzug nach Quedlinburg gefahren. Ah. Quedlinburg ist eine unheimlich schöne Stadt. Ja, der Name sagt mir irgendwas. Aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang der bei mir rumsegelt. Hm. Ich kann dir jetzt gar nicht so viel zu geschichtlichem sagen von der Stadt. Aber das fällt mir immer wieder auf. In Ostdeutschland sind die Altstädte, in denen Fachwerk ist, bunt. Und zwar wesentlich bunter wie in Westdeutschland. Ja. Haben ja auch ein paar westdeutsche Städte angeguckt. Und da war es, du kennst es, du wohnst auch in einer Fachwerkstatt. Hm. Weißt ja ungefähr, wie das aussieht. Aber so Quedlinburg, Wernigerode, wo wir letztes Jahr waren und so. Das sind die Häuser grün, rot, gelb. So wie früher die Autos. Hm. Das ist richtig schön, farbenfroh. Und eigentlich egal, wo du langläufst, kannst du Fotos machen und es sieht toll aus. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. und ich hatte in dem Zusammenhang irgendwas darüber gesagt, dass je trister sozusagen das Leben ist, desto mehr kommt Farbe zum Einsatz. Also das gibt es ja in vielen skandinavischen Ecken, also da, wo es dann lange dunkel ist oder so, da sind diese Holzhäuser ja auch alle in allen schreibend bunten Farben gestrichen. Ich meine, sie waren halt auch lange genug grau, während der DDR-Zeit, wenn man sich Bilder anguckt aus Anfang der 90er, da ist halt, ja, da kannst du die verschiedenen Grau- und Brauntöne in Altstädten dir angucken. Und natürlich schlechte Bausubstanz, da wurde ja damals nicht viel gemacht, weil man leider nichts hatte. Und ich habe so einen Eindruck, das wollten die unbedingt so, jetzt wollen wir eh renovieren, dann machen wir auch mal ein bisschen Farbe dran. Ja, vor allem musst du halt auch überlegen, dass Farbe früher grundsätzlich, ich sage mal, je bunter, desto giftig. Das ist ja, wenn du eine Farbe hattest, die richtig knallte, dann war die ja mit irgendwelchem Schwermetall. Das war alles radioaktiv, ja. Ja, oder radioaktiv oder sonst was. Also, das kommt ja noch hinzu, dass es heute einfach Farben gibt, die, die bunt sind und die man auch in Innenräumen benutzen kann, weil sie einfach keine Schwermetalle und irgendwelche, irgendwelche giftigen Sachen mehr enthalten. Ja, oder auch außen, wo immer dann der Regen drüber läuft und sich dann vielleicht die Schwermetalle lösen, ins Grundwasser gehen und so weiter. Ja, kommt immer drauf an. Aber das kann sicher auch ein Punkt sein, dass einfach bunte Farbe erschwinglich ist und dass sie vor allem einen nicht mehr tötet. Ja. Das ist wirklich ein Kriterium und ich kriege das ja bei der Malerei immer mit. Ich bin sozusagen da der Altlastenmanager und wenn ich denen da erzähle, woraus Farben früher bestanden haben und was für Stoffe da quasi als Surrogat genommen werden, ein schönes, so ein Pfefferminzgrün, so ein ganz mildes Grün, das ist zum Beispiel, war früher eine Arsenfarbe. Ja. Und da haben die Damenkleider, wurden damit eingefärbt und dann hat man sich gewundert, warum die Damen alle immer so krank wurden und so Faxen mehr. Mintgrün hat man viel gesehen. Ja. In Wittlenburg, aber auch in den anderen Städten da. Ja. Muss man mal sagen. Und ich meine, nicht umsonst Cadmiumgelb, das geht bis zu einem flammenden Orange, das ist eine wundervolle Farbe. Das ist, wenn du einem Uhu, also dem Vogel Uhu in die Augen schaust. Der hat knallorange Pupillen und diese Farbe, die hast du früher nur mit Cadmium hinbekommen und dementsprechend war dann halt das Schwermetall auch in der Farbe drin und das Rauschrot, das ist auch so ein Cadmiumzeug. Und Bleiweiß, also ich könnte jetzt stundenlang weiterreden, welche Farbe wie und diese Cyan-Töne, die sind auch alle hochgiftig, also oder waren alle auch hochgiftig, alle schönen Blautöne, furchtbar giftig, alle Gelbtöne, alle schönen Grüntöne, alles was richtig knallte und leuchtete, hurra, giftig. Wobei man da auch mal sagen musste, in Ostdeutschland haben sie zu DDR-Zeiten von Gift ja auch nichts wissen wollen. Da wurde dann politisch gesagt, das ist nicht giftig. Das haben sie hier aber in den 80er Jahren auch erst auf den Start gekriegt. Ja, ja, also. Also da sind wir denen gar nicht so viel voraus, da brauchen wir nicht sagen, das sind die Dummen, sondern ganz klarer Fall von große Ignoranz bis hoch in die 70er Jahre, bis das dann erstmal losging mit dem, was weiß ich, warum sterben uns ja eigentlich alle Vögel, haha, DDT. Ja. Ja, und hatte ich glaube ich auch schon erzählt, irgendwann mal, dass es in Amerika, also in den USA, ein Eiermuseum gibt oder ein Institut, was jedes Jahr ein Ei von jeder Vogelart sammelt. Ja. Und das schon seit vielen, also das schon seit über 100 Jahren und dieses Eiermuseum oder diese, sagen wir mal, diese Eiersammelstelle, die hat wohl rausgefunden, dass DDT die Eischalen, zum Beispiel vom Weißkopfseeadler, nennen wir doch gleich mal den Wappenvogel der USA, dass das DDT die Eischalen von Vögeln dünner macht und zwar so dünn, wenn die sich draufsetzen, sitzen sie im Omelett. Die Eischalen waren nicht mehr dick genug, damit das Ei überhaupt ausgebrütet wurde. Und das hat dieses Eiermuseum tatsächlich festgestellt und das hat dazu geführt, dass die USA, selbst wenn sie noch so komisch drauf sind, die ersten waren, die DDT verboten haben in ihrem Land und zwar, weil es ihren Wappenvogel zum Aussterben brachte. Ja, manchmal kriegen die auch was hin. Also das will ich einfach mal hier so mit reinschubsen, wenn wir schon bei Chemie und Farbe sind. Ja. Glaubt man einfach nicht. Also wir sind da hingekommen über bunte Häuser in der ehemaligen DDR. Dann sind wir da so schön durch die Altstadt gelaufen und sind irgendwann von so einem wohlriechenden Duft begrüßt worden und jetzt beginnt... Bratwurst lauerte. Richtig. Richtig. Heute wird es noch ein bisschen wurstlastiger. Ich würde das nicht allzu wurstlastig machen, weil du willst nur eine Stunde und wir haben schon 35 Minuten. Ja. Des Weiteren möchte ich auf Quatschbrötchen hinweisen, wo es wirklich ausgesprochen wurstig ist und die Sendung ist ausgesprochen hörenswert und ich würde die jetzt an dieser Stelle einfach mal in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch das Bratwurstmuseum von vorne bis hinten bis in die begehbare Bratwurst rein. Bis vor die begehbare Bratwurst anhören. Da komme ich gleich auch noch mal zumindest kurz dazu. Ja, kurz. In Quedlinburg gab es erstmal eine andere Wurst. Hast du schon mal was von Harzer Fichtellen gehört? Ich kenne nur Harzer Roller und Harz 4. Ja. Nee, Harzer Fichteln ist quasi eine grobe Bratwurst, relativ dünn und da sind so Fichtenspitzen mit drin. Also Nadeln. Oh, das klingt lustig. War lecker. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie die so, als sie noch ganz klein waren und ganz weich waren geprüft haben. Ja, ja, die waren sehr, sehr weich. Uns hättest du ja auch wirklich gepiekt. Naja, so als Gemüse quasi. Ja. Weil sonst hättest du viel zu kauen gehabt. Nee, klingt lustig. Ja, da dachte ich, muss man es sofort probieren. Ja. So, zu Thüringer Bratwürsten komme ich nachher nochmal. Ja, aber nicht so lang, wie gesagt. Nein, keine Sorge. Wir machen hier einen Verweis auf Quatschbrötchen. Ja. Unbedingt rein. Da gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein. Ja, dann sind wir zurückgefahren von Quedlinburg wieder nach Harzgerode und hatten vor, Essen zu gehen. Okay. Jetzt hat ja Desi, meine Frau, so die Schwierigkeiten mit Unverträglichkeiten, sodass man eigentlich immer vorher Speisekarten gucken muss. Kann man hier was essen? Hm, tendenziell schwierig. So auf der Suche nimmt man dann am besten irgendwie so Google Maps, kriegt alles angezeigt, kriegt auch Bilder angezeigt, Fotos von Speisekarten, die irgendwer hochgeladen hat. Und dann landete ich auf einmal bei einer Gaststätte und man sah in den Benutzerbildern ein Schild, was noch aus der Corona-Zeit stammen musste. Mhm. Nach Paragraph sowieso haben Vertreter der Regierung hier keinen Zutritt, bla bla. Gut, dann kommen wir halt nicht zu euch. Das Querdenker wollen wir jetzt hier auch nicht unterstützen. Das ist halt Ostdeutschland, guck dir die Wahlergebnisse an. Ja. Müssen sie mit klarkommen. Nach Paragraph so und so, ja. Ja, dann haben wir eine Gaststätte gefunden, so Nachbarort, hat auf bis 21 Uhr stand da. Mhm. Wir haben geguckt, wann wir mit dem Dampfzug zurück sind. Ja, so 1915 können wir es schaffen. Da angerufen, ja, wir wollen ja einen Tisch reservieren. Ja, für wann? Ja, 1915. Ja, nee, das ist uns zu spät. Und wir wollen ja auch, dass die Leute vorher anrufen und reservieren. Entschuldigung, aber genau das machen wir gerade. Ja, nee, sie können gern noch reinkommen, wenn noch Licht an ist, wenn es schon aus ist, dann nicht. Womit wir wieder bei der ostdeutschen Mentalität wären. So, ihr müsst nicht zu uns kommen. Jo, jo. Jo, das war dann das erste Mal, dass Desi eine Google-Bewertung geschrieben hat. Die war dann schlecht. Oh, okay. Und dann standen wir in Harzgerode, hungrig. Ja, hier ist so auf dem Marktplatz. Was kommt, wir laufen einfach mal hin. Dann da rein. Ja, würden gerne erstmal Speisekarte sehen. Ja, hier. Und wir guckten da so durch. Ja, ist da nicht was drin oder wie? Und wir auch schon dachten, Leute, jetzt ist mal gut. Dann kamen die, die, die Köchin aus der Küche. Ja, also, wenn es Probleme mit Unverträglichkeiten gibt, müsst ihr eh am besten mit mir sprechen. Die Bedienung, die muss das ja eh weiter sagen. Richtig freundlich. Sagt er dann, das, das, das habe ich alles da. Kann ich dir da irgendwas draus machen? Und hatten der Desi ein wunderbares Gericht gebastelt aus Sachen, die sie eh da hatte. Ja. War relativ günstig sogar nachher. Und ja, das war dann das zweite Mal, dass wir eine Google-Bewertung geschrieben haben. Die fiel gut aus. Die fiel sehr gut aus. Ja. Also, es geht auch anders. Es hängt halt echt immer so an Einzelpersonen. Es hängt A an Einzelpersonen und B daran, wie gehst du im Prinzip mit solchen Leuten um. Ja. Also, es gibt Leute, die, die kann nichts rühren, die sind so, weiß nicht, die, die strahlen dann so eine Zufriedenheit aus, so, die sie einfach schon mitbringen, dass, dass die, dass irgendwelche Leute, die gerne so nickeln, gar nicht erst drauf anspringen. Und dann gibt es halt Leute, die, ich weiß, was ich will und die anderen gleich, ja komm, dann gehst du bei mir aber gleich die kalte Schulter runter. Also, ich sag dir mal eins, wenn du da in der Gegend normale deutsche Hausmannskost oder ein Schnitzel möchtest, du findest überall was. Da ist faktisch ein Überangebot da. Ja. Aber wenn es auch schon nur mal um was Vegetarisches geht, da wird es ganz schnell dünner. Soll ich dir mal sagen, was bei uns in den 80er, 90er Jahren und auch in den 2000er noch los war, wenn einer sagte vegetarisch, dann alle nur, hässchen. Und dann wurdest du so verarscht und mein Papa dann so, Heike, guck mal, eine Bratwurst, nicht wie lecker. Und so wurdest du, so wurdest du da im Prinzip verarscht. Also, dass wir jetzt, dass wir jetzt sozusagen eine, eine vegane Freiheit haben, dass, das, das liegt eigentlich nur daran, dass mittlerweile auch die Supermärkte voll drauf eingesprungen sind und dass es mittlerweile auch eiweißhaltige Produkte für vegan und sonst was gibt, dass das mehr gefordert wird. Aber, ich sag mal, diese Revolution, die hat da vielleicht noch nicht stattgefunden, aber die hat bei uns auch erst in den 2000ern frühestens ging das los. Was, ich fordere ja gar nicht irgendein Gericht mit einer Veggie-Wurst oder sowas. Ja, aber du kannst, du kannst eigentlich erst so ungefähr ab 2015, 2016 kannst du bei uns unangefeindet vegetarisch essen. Also, ich, ich weiß das, weil ich hab das auch beobachtet und ich weiß, wie viele Leute Probleme haben mit Laktose, Intoleranz und sonstigem was alles. Da wurde sich drüber lustig gemacht, bis zum, bis zum geht nicht mehr. Und mittlerweile gibt es Produkte und man kann das, man kann sich auch gesund vegan ernähren. Also, nicht nur nach dem Motto, ich bin ein Nudel-Vegetarier, was ja die meisten als Fehler machten. Die, die krieg, also, die haben halt nicht, die haben halt nicht Ersatzstoffe gesucht wie Linsen oder Bohnen oder ähnliches, sondern die haben sich einfach auf Kartoffeln und Nudeln gestürzt und damit wurden die natürlich fehlernährt, ne? Ja, ja. Und, äh, das ist heute tatsächlich im, sag mal, im, im ganz normalen Supermarkt möglich. Dann holt man sich eben irgendwas Veganes oder so und, und wird halt auch nicht mehr angefeindet. Ja, da hat sich schon viel getan. Das ist hier noch gar nicht so lange her, dass man hier noch ausgelacht wurde. Ich glaube, da sind die noch nicht so weit. Da sind die auch noch nicht so weit. Die hängen mal bestimmt zehn Jahre hinterher oder so. Die sind da mit Sicherheit auf dem Niveau von Münsterland, äh, ich sag mal, Münsterland hängt zehn Jahre hinterher und dann kann Ex-DDR vielleicht zwanzig Jahre hinterher hängen. Ja. Aber das man auch... Regionen geben, wo es vielleicht nicht ganz so krass ist. Aber es ist uns halt da aufgefallen, Ostharz. Ja, aber wir sind es halt anders gewohnt. Wir gehen, ich sag mal, wir gehen ganz knallhart in, also, ich nenne jetzt mal zwei doofe Namen, Aldi Lidl. Da gehst du rein, greifst ins Regal, hast ein komplett veganes Angebot, äh, und es ist nicht so viel teurer als Fleisch, wobei ich sagen muss, Fleisch wird eh viel zu billig verkauft und da sollte man echt eine Metzgerei für aufsuchen. Aber es wird dir heute wirklich, die Läden haben es begriffen, wir müssen sowas in unserem Kapitalismus auch anbieten, denn es gibt Leute, die sind Kundschaft für sowas. Während eine, ich sag mal, eine Gaststätte oder so, da ist es dann, wird das möglicherweise als persönliche Beleidigung gewertet, wenn du irgendwie kein Fleisch essen möchtest, ne? Ja, das ist irgendwie so. schwierig, ja. Ja, und es ist halt, wenn du bestimmte Einschränkungen einfach mit deiner Nahrung hast, dann kann das halt schon ganz schön, also, dann führt es, dann führt es auch schnell in so eine emotionale Ecke, weil Essen ist nun mal etwas, was die Emotionen sofort beeinflusst, ne? Ja, und dann gehst du halt dann kaum noch essen, weil du nicht weißt, wie und was. Ja, oder reagierst sofort pampig, weil da einfach jetzt, du entwickelst ja auch eine Allergie gegen solche Behandlungsweise. wieder passiert, ja. Wenn da einer rumranst und du weißt, der frisst mich jetzt wieder irgendwie an, weil ich, weil ich bin vielleicht einfach Vegetarier, vielleicht bin ich ein Strich in der Landschaft, vielleicht bin ich ein Bollo wie Heike, so dicke Klumpen, ne? Aber dann, du wirst ja, du wirst ja mit sowas, wenn dir das mehr als dreimal hintereinander passiert, dann wirst du ja allergisch auf sowas. Und deswegen, also kann ich gut verstehen, dass euch das da ganz schön angefressen hat, ne? Kommen wir noch zu einem weiteren Gericht in Ostdeutschland, was es, was aber Fleisch enthält. Wir haben hier und da Thüringer Rostbratwurst gegessen. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, wie ich in Erfurt war, da haben wir irgendwelche Vermieter gebracht. und viel drüber erzählt und von dem 20er-Pack, wo du dann die ganzen Metzgereien leergekauft hast alle und hast sozusagen den Osten entbratwurstet. Und da erinnere ich mich noch lang dran und da weise ich jetzt an dieser Stelle wirklich drauf hin, hört euch das Quatschbrötchen an. Da gibt es die Beiträge auch einzeln, da könnt ihr auch nur das Thüringer Bratwurstmuseum, also da werdet ihr bedient mit Bratwürsten, da wisst ihr gar nicht mehr, wo ihr noch reinbeißen sollt. Und da wird auch viel Hm und Ah gemacht. Ja, das stimmt. Da habe ich nämlich viel gegessen währenddessen. Ja, ja, deswegen. Ich reiße es aber mal kurz an, wer jetzt nicht in einem Podcast will. Sehr kurz, bitte. Es gibt in Mühlhausen in Thüringen ein Bratwurstmuseum. Eigentlich gar nicht nur um die Thüringer Bratwurst, sondern Bratwürste allgemein. Und die hatten auch noch das Landes-Erntedankfest des Landes Thüringen gefeiert und wir waren mal vor Ort. Und weißt du was? Wir hatten das schon mal im Bier-Podcast, dass ihr da hin wolltet. Ja, das stimmt. Und ich hatte damals, glaube ich, sogar gesagt, ich komme mit. Nur um hier mal ein Update zu liefern, ich bin nicht mitgekommen. Das ist soweit richtig. Das ist aber auch nicht so weit von der hessischen Grenze weg. Ja, aber ich bin trotzdem einfach weit weg von allen Sachen, wo viele Leute rumrennen. Aber da hatte ich tatsächlich einmal spontan gesagt, da komme ich mit. Also das muss man sich so vorstellen wie so ein kleiner Freizeitpark. Viel draußen, viel kostenlos, viel Kinderspielplatz. Auch so mit Tiere gucken. Ein paar Bratwurstbuden gab es auch. Und ein Museum, ganz klassisch. Da zahlt man dann noch eintritt und geht da durch. Aber die ganzen Außenspielplätze kann man alle so nutzen. Und zu den Wurstbuden kommt man auch hin. Die haben viel gefeiert. Der erste thüringische Bratwurstkönig war auch da. Ich musste ihm sofort mein Mikrofon hingehalten. Auch den hast du interviewt. Und ich mache wieder Werbung für Quatschbrötchen. Ja. Weil ich das alles schon gehört habe. Das wurde dann alles so ein bisschen absurd, wie ich den Beitrag über dieses Museum geschnitten habe. Und dann so gesagt habe, ja, eigentlich müssen wir bei einem 16-Minuten-Beitrag über ein Museum eigentlich die ganze Sendung dem Thema Bratwurst widmen. Ja. Und da verweisen wir jetzt gerne ans Quatschbrötchen-Ausgabe 120. Da geht es um die Wurst. Genau, weil du machst mir nämlich hier verdammten Hunger. Zurecht. Ich bin heute eh so ein bisschen angefressen, weil ich meinen Frühstücks-Cappuccino um 13.30 Uhr bekam und mein Frühstück und gleichzeitig auch Mittagessen erst um 15 Uhr zu mir nehmen konnte. Oh. Weil ich davor einen Termin hatte und einen kaputten Rechner, der nicht wollte, wie ich wollte. Und dann war ich damit mit einer Frau beschäftigt, die um 10.30 Uhr kam und die um 13.30 Uhr quasi dann ihre Arbeit quasi gemacht gekriegt hatte. Und danach kam ich erst zu einem Heißgetränk, zum ersten Heißgetränk des Tages. Und vielleicht bin ich deshalb so ein bisschen knapp angefressen, wenn du mir hier was über Bratwurst erzählst, weil das Thema ist für mich heute noch nicht ausgestanden mit dem Hunger. Ja, dann musst du dir gleich mal eine Bratwurstbude suchen. Ich habe heute ein Heißgetränk gehabt und einen Tee und eine Schüssel mit Salat und mit einer Tomatensauce. Hm. So, das ist sozusagen meine Tagesnahrung. Und ich sage, ich erzähle das jetzt hier um 19.47 Uhr. Dann rede ich jetzt gar nicht weiter von Bratwürsten. Ja, ich bitte drüber. Und erzähle nur die letzte Harz-Geschichte. Wir waren in dem wunderschönen Örchen. Ich will auch noch was erzählen. Ja, nach dem Harz gerne. Ich fasse Götter zusammen. Wir waren in Stolberg. Das gibt es zweimal in Deutschland. Einmal im Rheinland und einmal im Harz. Unheimlich lange Stadt. Das ist quasi eine lange Hauptstraße mit einer Querstraße. Und du fährst da durch, minutenlang. Und du denkst, du bist im Mittelalter gelandet. So schön und so viel Fachwerk ist da. Uns wurde hinterher erzählt, da wurden zu DDR-Zeiten Unmengen Filme gedreht. Okay. Da kannst du, das kannst du auch heute noch. Weil man da so ewig langfahren kann. Ja, da kannst du total viel machen. Kannst vor allem super lange Showdowns machen. Ja, und man kann Thüringer Bratwurst essen. Aber das wollte ich ja gar nicht essen. Du hast dann wahrscheinlich eine Kneipe am Anfang des Dorfes und eine Kneipe am Ende. Und die beiden verfeindeten Cowboys können dann diese ganze kilometerlange Straße aufeinander zulatschen. Also der Ort zielt schon sehr auf Tourismus ab, muss man sagen. Kommen viele her, man kann von da gut wandern gehen. Haben wir gemacht. Und haben einen... Habt ihr einen Wanderweg um das Dorf gemacht? Der ist dann doch nicht so lang. Nee, der ist da gestartet und wir sind zu so einem Stahlaussichtsturm gelaufen, der so ein bisschen an den Eiffelturm erinnert. Aber damit natürlich weniger zu tun hatte. Und haben auf dem Weg dahin einen selbstgebauten Traktor gesehen. Das wurde nämlich zu DDR-Zeiten gemacht. Man hatte ja nichts. Dann hat man aus irgendeinem Trabi-Motor und ein paar Metallteilen einen Traktor gebaut. Und da kam uns ein älterer Mann entgegen. Den haben wir dann mal angehalten. Hier, wir würden gerne mal über Ihren Traktor sprechen. Da gibt es demnächst eine Folge Traktorsound. Ich habe keine Papiere. Ja, das hat er auch gesagt. Wie ich dann gefragt habe, wie sieht das so mit Zulassung aus? Zu DDR-Zeiten hat es wahrscheinlich keiner interessiert. Dann hat er direkt abgewunken. Klingt halt wie ein Trabi. Sieht lustig aus. Kommt demnächst ein Podcast drüber. Ja. Muss ich mal so als Funfact an der Stelle noch erzählen. Da gab es einen selbstgebauten Trecker. Und der fuhr da mit durch die Stadt. Also, ja. Wahrscheinlich, um Holz von draußen reinzufahren. Das interessiert wohl keinen. Ja. Ist ja auch in Ordnung, solange er keine Leute totfährt. Ja, das Ding sah schon solide aus. Hm. Ja. Ja. Ja, Traktor haben wir damit jetzt zweimal in diesem Podcast gehabt. Stimmt. Einmal der ominöse Riesentrecker. Ja. Mit dem Schreck des Lebens für meine Mutter und meinen Vater. Und das Modell Stolberg selbst gebaut. Hm. Ja. Ja. Ja, wo ich mich gerade mit rumschlage, ist ja immer noch wieder klar, ich bin jetzt beim Bohle Buch Endspurt Nummer 13, sag ich jetzt mal. Weil das meinte eine Arbeitskollegin heute zu mir, das wird das beste und meist korrigierte Buch noch vor der Veröffentlichung. Ich habe nämlich festgestellt, wir müssen alle Literaturhinweise, die Herr Bohle eingefügt hat, müssen wir auf Plausibilität überprüfen. Ich hatte heute einen, da hatte er Eintagsfliegen verlinkt oder beziehungsweise eine Veröffentlichung über Eintagsfliegen genannt, hat aber über Köcherfliegen in dem Abschnitt erzählt. Und das passte also so gar nicht. Und das war dasselbe Autorenteam nur um ein Jahr verschoben. Das heißt, ich musste den Artikel von 1980 zitieren und nicht den von 1981. Und das ist jetzt die zweite Literaturstelle, an der ich dieses Problem hatte, dass ich feststelle, das passt überhaupt nicht zum Geschriebenen. Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Das wird ein sehr großes Problem, aber ich habe da mit meiner anderen Kollegin schon drüber geredet, Plausibilitätsprüfung, das machen wir dann im Prinzip mit einer PDF von dem Literaturverzeichnis und einer PDF vom Text. Dann wird da drin gesucht, wo kommt das vor und was für ein Thema hat sozusagen diese Veröffentlichung. Und da ich nicht so gut Englisch kann, muss meine Kollegin dabei sein, weil die kann Englisch und Spanisch und noch ein paar andere Sachen. Und da bin ich mir relativ sicher, dass die besser lesen kann, was da steht als ich. Ja, das ist schon eine wichtige Aufgabe, Fact-Checking, dass man da keinen Unfug erzählt. Weil irgendwann beruft sich vielleicht jemand anderes ja auf das Buch und das ist dann irgendwie so ein Fakt, der irgendwie ein bisschen falsch übernommen wurde. Und dann fällt es auf. Es wird lange nicht auffallen, aber irgendwann der eine Fakt, der nicht stimmt. Ja, und das ist genau der Punkt, an dem ich dachte, jetzt muss das irgendwie auch noch rein. Andererseits, klar, wir müssen halt überprüfen, ist die Literatur, die vorne genannt ist, ist die hinten im Verzeichnis. Diese Prüfung habe ich längst hinter. Aber jetzt stelle ich halt fest, dass einige Dinge, die auch teilweise gar nicht recherchierbar sind, wo es anscheinend die Veröffentlichung zu dem Thema überhaupt nicht gibt. Da muss ich jetzt halt wirklich reinknien. Ich habe vor drei Wochen, habe ich halt einen Haufen Literatur aus Herrn Bohles Arbeitszimmer geholt. Da bin ich dann halt mit seiner Tochter hingefahren. Dann haben wir alle Stapel von der Fensterbank genommen und alles, was irgendwie so, wo man sah, das war so sedimentiert, so draufgelegt. Nicht einsortiert, sondern so druff gelegt auf irgendwas anderes. Habe ich gesagt, nehme ich alles mit, guckten wir vorher durch, ist privat, kriegte die Christina und guckte ich durch, ja, ist eine Veröffentlichung, nehme ich mal mit. Habe dann von dem Scheiß eine Liste gemacht, Entschuldigung, von dem Zeug eine Liste gemacht. Habe dann geguckt, wird die in dem Buch zitiert, ja, nein, abbrechen. Habe sie dann in entsprechende Ordner gepackt, festgestellt, ja, es ist einfach ein Unglaubnis. Also ich habe viele Probleme gelöst gekriegt, aber es haben sich auch andere Probleme aufgetan, wo ich dann auch dachte, au, 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 da müssen wir dran. Und während wir das machten, ja, da kam Klein-Heike und war doof. Klein-Heike hat nämlich vor zwei Tagen den Rechner an der Arbeit geschrottet. Das ist aber jetzt ziemlich ungünstig. Ja, und zwar mitten in diesem Endlayout und Endspurt und mitten in allen möglichen anderen Geschichten und in laufenden Arbeiten. Ich habe einfach, weil mein Kollege wollte gerne seinen Xubuntu-Rechner zu Hause updaten und hat eine DVD gebrannt. DVD-Rolling erhalten nicht so viele Jahrhunderte, wie man meinte. Das ist so weit richtig. Und dann hatte ich diesen DVD-Rolling erst in der Mache, weil ich erst meinen Laptop quasi auf ein neues System setzen wollte. Da ging es dann von seltsamem, oh ja, jetzt installieren und dann sagte er gar nichts mehr. Und beim nächsten Mal schickerte er schon rum und reagierte gar nicht auf den Installieren-Knopf. Beim dritten Mal starten, da fing er dann gleich schon während des Bootvorgangs an mit Kernelpanik. Also sprich, die CD war irgendwie im Eimer. Und ich wollte parallel dazu mal endlich einen bootfähigen Stick bauen. Bei der Gelegenheit habe ich dann gedacht, ich müsste den Stick erstmal irgendwie formatieren. Habe dann nicht aufgepasst, weil mein Kollege Wildquassel neben mir stand. Und habe dann versehentlich den EFI-Boot-Sektor meiner Festplatte formatiert. Herzlichen Glückwunsch, Heike. Super gemacht. Das ist der Teil, der dafür zuständig ist, welches Betriebssystem von der Festplatte geladen wird. Also du kannst gar nicht mehr hochfahren jetzt. Genau das. Habe ich super gemacht. Dann habe ich gedacht, komm, ich weiß ja, ich bin immer so doofpaddelig. Ich habe noch einen Laptop, da ist ein frisch installiertes Mint drauf. Also ebenfalls eine Linux-Distribution. Das habe ich dann einfach aufgemacht, habe die Festplatte in meinen Arbeitscomputer umgesteckt und konnte dann wenigstens mit dieser Festplatte meinen Boot-Stick oder beziehungsweise meinen bootbaren USB-Stick mit Internetunterstützung herstellen. Ja, und das zieht jetzt bis heute, weil ich habe ja da natürlich auch noch andere Sachen drauf. Habe dann festgestellt, als ich einen Tag später oder zwei Tage später konnte ich dann quasi wieder an das Bohlebuch gehen, dann zählte mir erstmal das Layout-Programm auf, welche Schriftarten ich alle nicht installiert habe. Dann dachte ich, was, so viele Schriftarten hast du zusätzlich installiert. Eine hatte ich ja schon gefunden, aber insgesamt fehlten fünf. Die musste ich dann von meinem Super-Backup ziehen. Mein Super-Backup ist quasi die geschrottete Platte, weil sie lief ja noch. Sie bootete halt nur nicht. Und dann habe ich dort alle Schriftarten rausgefunden, wo sitzen die, wo ziehe ich die hin, damit das funktioniert. Und stellte dann fest, jawohl, und weil da jetzt ein neues Betriebssystem drauf ist, also eine 24.4 Long-Time-Solution oder Version von Xubuntu, haben sich im Gegensatz zur 22.4 auf einmal so ein paar Pixel auf dem Monitor verschoben, sprich, alle Zeilnummernbrüche in dem ganzen Manuskript waren anders. Oh nein! Ta-ta-ta! Ja, also das hat mich schon sehr begeistert. Außerdem benimmt sich das neue Layout-Programm ein bisschen anders. Es neigt zum Beispiel dazu, immer die Seite, die angewählt ist, genau links Krach an die Bildschirmkante zu setzen. Was total blöd ist, wenn du die linke und die rechte Seite nebeneinander hast, hast du die rechte anmarkiert. Und es kracht jedes Mal die rechte Seite so, dass du die linke nicht mehr mitlesen kannst. Ein ganz ähnliches Problem hatte ich vor kurzem. Ich habe vor einem knappen Jahr für einen Kunde ein Video gemacht. Und am Ende war halt die Postanschrift so als Impressum kurz eingeblendet. Jetzt ist der Kunde umgezogen. Au! Fragte an, können wir da nochmal die Adresse ändern? Ja, kein Problem. Ich habe ja die Rohdaten noch hier. Programm aufgemacht, Adresse geändert, abgespeichert, hingeschickt. Ja, da ist ja jetzt vorne sämtliche Texteinblendungen völlig verschoben. Und ich sage, du Scheiße, was ist denn hier passiert? Ich habe doch nur am Ende rumgefuddelt. Ja, bis ich dann irgendwann beim Durchsehen gemerkt habe, jo, ist wirklich alles verschoben. Wom sieht denn das Komma so anders aus? Und da dann auch gemerkt, jo, da war eine Schriftart eingebaut, die der Kunde vorgegeben hat. Seitdem habe ich den Computer gewechselt und diese Schriftart fehlte. Aber Apple, Schnittprogramm hin und her, Schriftart nach installiert und alles passte wieder. Also nix mit Nachlayouten, das passte auf einmal wieder. Ja, ich habe das bei diesem Layout aber schon öfter gehabt, dass sich auch auf dem alten Rechner, beziehungsweise auf dem alten Betriebssystem, dass sich da so hier und da mal etwas verschob. Also da konnte er dann irgendwie, war das G dann doch irgendwie ein Pixel breiter, musste so sein. Ich kann mich noch erinnern, wir haben die Doktorarbeit von einer Kollegin layoutet. Die musste, sie hatte riesig große Tabellen, die auf DIN A3-Bögen ausgedruckt werden sollten als Anhänge. Und diese Tabellen funktionierten nur im Ausdruck. Das muss man sich mal reinfahren. Wenn die Vergrößerung in Excel auf 800% gestellt war. Bei allen anderen Einstellungen, da hat es diese Tabellen zerrissen oder hat es die Striche dazwischen weggelassen. Da war sozusagen, der Bildschirm musste eine 800% Vergrößerung haben, damit der Ausdruck funktionierte. Und da sage ich dir jetzt noch, je nach Drucker ist das Ergebnis auch wieder verschieden. Jawohl. Der Treiber, also das muss dann ja auch noch dieser reine Drucker sein. Am besten an dem Rechner, wo der Treiber in der Version installiert ist. Ja, deswegen. Das könnte alles so einfach sein. Never change your system bis zum Ende eines Layouts und bis du wirklich weißt, du kannst das Ding jetzt von der Platte kicken. Ja. Naja, ich meine, so bin ich dann halt mal wieder durch die 200 Seiten Text marschiert und habe mir alles nochmal angeguckt und habe auch noch drei Schreibfehler gefunden und festgestellt, oh scheiße, die Literatur müssen... Oh, Entschuldigung, die Literatur müssen wir auch noch alle auf Fakten checken. Hurra! Du machst mir Freude. Ich plane ja auch ein neues Buchprojekt, aber dazu werde ich ein anderes Mal was erzählen. Ja. Es wird mit einem meiner Podcasts zu tun haben. Mhm. Ach komm, ich erzähle es. Ich reise es grob an. Wir planen von unserem Wander-Podcast Wanderlust und Aussicht ein Buch mit den schönsten Wandertouren. Mhm. Das ist ja was, das kann man auch gut mal im Bild abbilden mit ein bisschen Text und Bildern. Aber das wird so ein Projekt frühestens nächstes Jahr. Ja. Aller frühestens. Davor will ich eher nochmal so ein paar Wandertouren machen, die auf jeden Fall noch da rein sollen. Ja. Da wird es nächstes Jahr erstmal mit bestehen. Was soll denn unbedingt noch rein? Was müssen wir vielleicht erstmal gewandert haben? Ja. Aber da werde ich dann vielleicht in einem Jahr ähnliche Probleme haben wie du. Ja. Dann können wir die auch vergleichen. Ja, dann bin ich da schon längst raus, weil wir versuchen, das Bolo-Buch ja dieses Jahr noch rauszubringen. Ja, klappt das denn jetzt noch? Jetzt wurde dann ja doch noch so viel mehr Arbeit mit Nachlayouten und Faktencheckern. Ich habe jetzt auch noch mehr Arbeit mit Abbildungen, die noch fehlen. Also drei fehlen wirklich noch komplett. Da habe ich aber für zwei habe ich mittlerweile zumindest informell eine Vorlage, von der ich zeichnen kann. Ein drittes Bild, das habe ich während der langweiligen Datensicherungskopiererei weitergemalt. Das besteht aus einem Insekt, also einem Wasserinsekt. Wir reden ja von dem Bolo-Buch immer über Wasserinsekten. Und das ist eine Dolania americana. Das ist irgendeine räuberisch lebende Wasserinsektenlarve und die besteht im Grunde nur aus riesigen Puscheln. Man kann die sich vorstellen wie diese Cheerleader-Puscheltanten aus den USA, die immer so Football-Spiele begleiten. Die hat Puschel am Kopf, die hat Puschel auf den Schultern und diese Puschel haben Haken und dann hat sie Haare in alle Himmelsrichtungen. Gefühlt 400 Millionen. Ja. Und das Bild zeichne ich halt komplett neu. Also das nach Vorlage, weil wir für die Vorlage einfach keine Lizenz haben und da es sich halt um ein amerikanisches oder eben englischsprachiges Buch handelt, ist auch nicht sicher, ob die Copyrights genauso laufen und genauso auslaufen wie bei uns und das Ding ist von 1976, das kann durchaus sein, dass das immer noch unter irgendeiner Lizenz steht. Ja, habe ich mich auch neulich mit beschäftigen müssen, mit ausländischen Lizenzen und wann die verfallen für ein neues Podcast-Projekt, über das ich noch gar nicht sprechen möchte. Wo ich klassische Musikstücke in Lizenz frei gebraucht habe und mich dann halt auch erstmal reingelesen habe, in welchem Land verfallen denn so Rechte? Weil bei klassischer Musik, man kriegt lizenzfreie Aufnahmen ohne Schwierigkeiten. Manche klingen ein bisschen kratzig und sind halt auch alt. Es gibt aber auch neu aufgenommene, die dann halt sagen, jo Lizenz ist frei und so. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, mit was du da gerade rumgemacht hast, mit Lizenzen gucken, wie ist das denn in dem und dem Land? Da haben wir an der Stelle ein Hoch auf die Wikipedia, da steht nämlich immer noch so ein Hinweis dran, ja ist aus den USA, da gilt das und das, aber natürlich keine Gewähr, dass das dann auch alles so auf dem Ding zutrifft. Aber du hast schon mal einen Anhaltspunkt. Ja, ja und das sind dann halt die Geschichten, wo du dann einfach sagen musst, wir hatten zum Beispiel auch einen Fall, da hat ein deutscher Verlag, Gustav Fischer Verlag, ich kann ihn ruhig nennen, der war eben, der war eben, was weiß ich, Heidelberg Berlin New York oder so und da ist jetzt aber die Haupt, also es ist eigentlich ein deutscher Verlag, da sind deutsche Fachbücher entstanden oder also veröffentlicht worden, sogar ein Buch von Herrn Bohle ist da veröffentlicht worden. Nun haben sie aber, also der Gustav Fischer Verlag, der vormals deutsche Verlag, hat jetzt seine, hat jetzt sozusagen seine Hauptfiliale nach New York verlegt, sprich es gilt jetzt für diesen Verlag amerikanisches Recht. Jo, da willst du eigentlich nur so ein Fachbuch veröffentlichen, wo du eh nichts mitverdienen kannst. Da wirst du richtig in den Arsch gebissen und da kannst du wirklich von neu anfangen und kannst nichts, kannst quasi deine eigenen Abbildungen schon nicht mehr zitieren. Weil dann der Verlag die Hand aufhält, weil amerikanisches Recht ist anders als deutsches Recht. Und das deutsche ist relativ überschaubar einfach. Ja. Ja. Also, so 70 Jahre tot und so. Ja und 50 Jahre nach Veröffentlichung verfallen die Werk- und die Leistungsschutzrechte. Ja. Das kommt halt auch noch hinzu. Mit so Orchesteraufnahmen. Ja. Um dann halt so hier die Eurovisionsmusik von Scherpen da zu kriegen und so. Ja. Jo. Aber da gerne ein andermal was drüber. Ja. Denn das ist noch nicht so spruchreif, wie es sein sollte. Ja. Aber ab nächstem Jahr wird es was Neues geben. Hm. Aber da, da wahrscheinlich nächste Sendung kann ich wahrscheinlich ein bisschen was erzählen. Ja. Ja, ich habe noch einen einzigen Podcast-Tipp. Ja. Dann ist mein Zettel hier quasi auch alle. Mhm. Und dieser Podcast-Tipp ist einer, der ist ein bisschen durchwachsen. Das ist der ARD-Radio-Tatort. Warum habe ich die ARD-Audiothek eigentlich schon offen? Weiß ich nicht, aber davon meine ich nur eine einzige Folge und die trägt den Titel Mein Schatz. Und die fand ich hochspannend und sehr gut gemacht, aber ich muss dazu sagen, der hat mich hochaggressiv gemacht, weil der Trigger wirklich Femizid, also Frauenmord lautet. Und da gab es eine Szene und zwar, die war sehr ausgedehnt, da ging es darum, dass diese Incel, also diese angeblich unfreiwillig zölibatär lebenden Kumpels von einem Typen eine Frau tyrannisiert haben, also nachts angerufen, aufs Telefon gestöhnt und sie auch geschubst in irgendwelchen Gruppen genervt und ihr nachgegangen, weil die sich von ihrem Partner trennte. Und dieser Partner war halt ein Bekannter oder ein Kumpel von diesen, von seinen Incel-Jungs. Und das fand ich, ich fand den sehr eindrucksvoll gemacht und kann den eigentlich nur empfehlen, aber ich muss wirklich sagen, die haben am Anfang schon gesagt, Vorsicht, das Thema ist Femizid. Und ich persönlich bin hochaggressiv geworden beim Hören und dachte, ich würde die Jungs jetzt einen nach dem anderen aus dem Fenster schmeißen, enteiern, irgendwas mitmachen, dass die nie wieder irgendjemandem nachlaufen und irgendjemandem ihren Terror gegenüber loslassen. Und mein Tipp ist, den bitte nur hören, also mein Schatz aus dem ARD-Radio-Teil dort, nur hören, wenn ihr danach direkt mit jemandem drüber reden könnt oder irgendwie eure, was weiß ich, eure Anspannung danach ablassen könnt. Muss ich mal kurz nochmal auf den Ausflug nach Maastricht zurückgreifen. In der Straße, die vom Hauptbahnhof wegführte, waren große Plakatwände aufgestellt mit Bilder von Frauen drauf in Schwarz-Weiß, die alle nicht mehr leben und von ihrem Partner getötet wurden, also Femizid, um darauf aufmerksam zu machen. Und das waren, ich weiß nicht mehr wie viele, aber so Größenordnung 15 bis 20. Ja. Also das ist ein brandheißes Thema, weil viele ja immer noch meinen nach, das sei ja nur partnerschaftliche Gewalt. Das hat ganz andere Dimensionen. Und dafür ist dieser, diese ARD-Radio-Tatort-Folge, dieses Mein Schatz, ist dafür absolut geeignet, euch das klarzumachen, was das für Dimensionen hat. Ja. Ist verlinkt in den Shownotes auf Bierpodcast.de, Ausgabe 31. Da könnt ihr das nachlesen. Ja. Und zum Thema Kino wollte ich noch nachschieben. Ich werde den Film, den monatlichen Film tatsächlich, weil wir unseren Podcast, oh nein, jetzt habe ich mir das Licht ausgeschmissen, weil wir unseren Podcast gerade vorproduzieren, jetzt flackert die Lampe, die ist gleich kaputt. Heike sitzt jetzt im Dunkeln. Jetzt flackert die Lampe nicht mehr, da war nur der Schalter kaputt. Ich habe gerade mit dem Handy den Lichtschalter ausgeklopft. Ja. Also, ich berichte von dem Kinofilm Der wilde Roboter nächstes Mal. Alles klar. Den werde ich nämlich erst drei Tage, nachdem dieser Podcast produziert ist, gucken. Ja, bis dahin ist der Podcast aber schon draußen, aber den Film gibt es ja bestimmt dann auch hinterher noch zu sehen. Nicht unbedingt im Kino, aber vielleicht auf Streaming. Der läuft auch mit Special Effects und mit allem möglichen und mit der Kuschelbox, ich weiß nicht. Die haben da so verschiedene Möglichkeiten, ich glaube, den kann man sogar in 3D sehen. Also, der läuft jetzt irgendwie dritte, vierte, fünfte Woche oder sowas. Keine Ahnung. Und ich will da mit meiner Malkursleiterin rein. Ja. Dann werden wir uns da um 14.25 Uhr am Samstag, nee 14.45 Uhr am Samstag in Kindervorstellung setzen. Getroffen gehabt haben werden. Ja, genau. Tja, wenn ihr das hier hört, ist schon alles vorbei. Ja, wobei, wird der nicht nächsten Donnerstag erst? Ja. 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 Ja stimmt, dann haben wir uns getroffen gehabt. Genau eine Woche vorher auf. Ja. Und da sage ich wirklich, nächstes Mal erzähle ich euch darüber, also ich habe der Kollegin einen vorgeschwärmt oder der Kursleiterin, damit sie mit reinkommt und dann hat sie ja gesagt. Ich gehe mal wieder nicht alleine ins Kino. Ist das nicht süß? Ja, ist doch schön. Alleine im Kino ist doch so zweites schöner. Ja, kommt drauf an. Also, wenn einer enttäuscht ist, ist zu zweit nicht schöner. Ja. Aber ich habe ihr den Film schmackhaft gemacht, nachdem sie mir von irgendeinem anderen Film erzählt hatte und ja, jetzt sind wir da übereingekommen, dass wir da halt beide so hinwollen. Ich habe noch zwei Themen, bei einem reiße ich jetzt erstmal die Laune runter. Ja. Wir waren ja im Harz und am letzten Tag schrieb meine Mutter, dass mein Vater einen Herzinfarkt hatte und jetzt auf der Intensivstation liegt. Das ist jetzt mehr als drei Wochen her. Er war zwischenzeitlich einen Tag zu Hause, dann kam der Nächste, er ist wieder im Krankenhaus. Der nächste Herzinfarkt wolltest du sagen. Und hat jetzt schon sieben. Au. Ja, mein Alltag sieht gerade so aus. Intensivstationen hat ja nur begrenzte Öffnungszeiten zum Besuchen, zwischen 15 und 17 Uhr ins Krankenhaus und alles drumherum irgendwie auszurichten. Und das haut einem so einen Wochenplan so richtig durcheinander. Manchmal komme ich halt auch erst um 16 Uhr, aber dann denke ich mir, ja, wenigstens eine Stunde da gewesen. Ja. Ja. Ja, gruselig, ey. Kriegen die das denn in den Griff oder waren so sieben Male hintereinander? Das Schöne war, von zweien gibt es ein EKG. Und da hat man schon die Kurven angeguckt und hat schon eine Vermutung, die man jetzt nochmal nachgehen muss mit einem MRT. MRT war er schon, aber da hat man nicht viel gesehen und jetzt muss er in eine Spezialklinik für ein Spezial-MRT, so mit Radioaktivität und so. Uh. Okay. Was zehn Minuten radioaktiv ist. Also das ist ja nur für den Moment der Aufnahme, dass man mehr sieht. Ja, trotzdem, es ist halt invasiv. Ja, hilft ja nichts. Man muss ja irgendwie was sehen und höchstwahrscheinlich die Vermutung ist, dass es irgendeine Störung ist in den Nervenbahnen, die das Signal vom Hirn ans Herz weitergeben. Das geht über so Knoten, habe ich ja auch als erstes mal gelernt. Meine Tante ist Krankenschwester, die hat es mal ganz anschaulich erklären können. Ja. Und da ist irgendwo etwas gestört. Wäre wohl eine relativ seltene Krankheit, kann man aber mit Medikamenten behandeln, was dem Ganzen schon mal viel Hoffnung gibt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ohne Hoffnung ist das nicht so lustig, ne? Ja. Ja, Mann, gute Besserung wünsche ich einfach mal. Ja, falls du das hier hörst von mir auch. Und vor allem gute Diagnose und viel Glück einfach, ne? Ja, aber an der Stelle muss ich eigentlich schon wieder fast sagen, Uniklinik Gießen, da wird was gesagt und dann gilt es schon wieder nicht mehr und die meiste Zeit ist mit Warten beschäftigt. Dann fragt man sich, warum dauert ein MRT-Termin für jemand, der schon auf der eigenen Intensivstation liegt, zwei Wochen. Oh, scheiße. Während doch andere, die nun mal irgendwie ihr Knie, ne, ihren Termin haben, aber die halt, ne, man kennt das, man hat einen MRT-Termin, dann muss man halt mal warten, weil irgendwelche Notfälle vorkommen. Warum der die eigene Intensivstation dann nicht irgendwie vorgelassen wird? Oder zumindest mal innerhalb dieser zwei Wochen mal irgendwie was ein bisschen Früheres probiert. Das ist so ein bisschen, was Fragen macht. Ja, das ist Klinikum Marburg-Gießen, also dieses Konzept, das ist alles privatisiert und die sind ja die ganze Zeit, die fahren quasi am Limit ihrer Tätigkeiten und die haben ja im Uniklinikum Marburg haben sie auch gestreikt und da gab es einen Artikel in der oberhessischen Presse, von wegen, dass Leute an die Türen bollern und die Patienten sich auf den Fluren stapeln, sogar die Intensivstationen und Notpatienten, weil einfach das Pflegepersonal nicht mehr in der Lage ist, diese Misswirtschaft dieses Klinikums aufzufangen. Ja, wobei ich gerade sagen muss, es ist gerade nicht viel los. Heute haben sie ihn gefragt, ob er weiter alleine liegen möchte oder noch jemand dazu haben möchte, es wären genug Betten da, er könnte es sich gerade aussuchen. Ja, genug Betten sind tatsächlich da, aber was halt fehlt, ist das gesamte Personal und das wird so kaputt gespart und da leidet wirklich dieses gesamte Klinikum drunter, diese Privatisierung, die hat das Ding zu einer Geldmaschine gemacht und dementsprechend scheiße werden, muss ich wirklich in diesen Worten sagen, dementsprechend scheiße werden die Patienten behandelt. Eine Chance hast du noch, wenn du Privatpatient bist, dann wirst du aber auch bis aufs Hemd ausgezogen. Ja. Und ansonsten, ich weiß, dass alle Leute, die irgendwie was auf ihr Leben geben und die irgendwie versuchen, vernünftig was zu überstehen, die versuchen in andere Krankenhäuser zu kommen, in Marburg ist es dann halt das Krankenhaus in Werder, weil sie einfach sagen, Uniklinikum in Marburg ist unmöglich, die haben ganze Stationen geschlossen, weil sie kein Personal haben, und die legen alles mögliche zusammen und ja, ich sag mal, ich hab auch schon von Fällen gehört, wo Leute quasi, also meine Arbeitskollegin, die hatte das Problem, die ist da irgendwie operiert worden am Darm und die hatte Folgeinfektionen. Also weil die einfach ganz blöd und die haben die nach Hause geschickt mit tierischen Bauchschmerzen und mit irgendeiner richtig üblen Infektion und haben gesagt, das ist alles in Ordnung, sie können nach Hause, sie simulieren. Und dann ist die zur Hausärztin und die hat dann, also die hat dann wirklich Alarm geschrien und dann wurde die irgendwie einmal kurz aufgemacht und irgendwie einmal kurz wieder zu, wir haben nichts gesehen und so faxen mehr. Also da sind, da sind schon, ich weiß von mindestens zwei oder drei Leuten, die an diesen Sekundärinfektionen gestorben sind mit multi, mit multiresistenten Keimen. Also Finger weg von dieser, von dieser Klitsche kannst du nicht sagen, aber Finger weg von diesem Klinikum. Ja. Und da geht man eigentlich hin, weil man ja denkt, Uniklinik, ne? Ja. Ne, Arschkarte, das Uni, das haben... Da hat ihn ja auch der Krankenwagen hingebracht. Ja, weil der nicht wusste, wohin sonst und ich meine, ist gut, wenn der in eine Spezialklinik kommt und... Ja, das ist aber auch nur für die eine Untersuchung, ne? Ja, scheiße, ey. Das ist keine Verlegung. Ähm, ja. Und da kann ich nur sagen, das meinte meine Kollegin auch, die hatte halt ein Problem, äh, mit ihrem, mit ihrem Darm, die musste 30 Zentimeter rausgenommen kriegen. Die sagte, und das sagte auch eine andere, eine andere Freundin von mir, die auch im Radio Sendung gemacht hat, die hat, äh, die hat da irgendwie gelegen und hat einen Krebs irgendwie, hatte einen Krebs am Ohr, also. Und das ist auch so scheiße behandelt worden, ähm, die sagte, du musst dir einen Wachhund mitnehmen. Und meine, meine, ähm, meine Freundin, ehemalige Kollegin, die hat ihre Tochter dabei gehabt und die hat gesagt, also, die Tochter hat für sie wie ein Löwe gekämpft und hat daneben gesessen und aufgepasst und hat wirklich gesagt, Leute, hier, ähm, da müsst ihr was machen, da müsst ihr was machen und das Blöde ist, das Personal kann einfach nicht mehr. Ja. Die sind viel zu knapp besetzt und. Ja, und dann sind ja auch der Krankenstand, das merkt man ja überall gerade, wo man hingeht. Da leiden die Patienten drunter, da wird das Personal kaputt gemacht und da wird der ganze Laden zusammengespart, weil es nur noch um die Kohle geht. Also das Uni, man sollte ihnen verbieten, sich Uniklinikum nennen zu dürfen. Man sollte das U rausstreichen, zwangsweise. Tja. Es ist leider so. Ich will zum Ende noch was Lustiges erzählen. Ja, genau, mach die Laune wieder hoch. Ja, ich, äh, also das Parken ist ja da auch sehr teuer und zu besuchen, dann versuche ich doch mal mein Auto, damit es ein bisschen schneller geht, weil jeden Tag ist. Ja. Ich hab da so ein, äh, wie sagt man anderswo, ein Schwabenparkplatz in der Nähe, man läuft aber zehn Minuten, wo man kostenlos stehen kann. Und ich laufe da so lang und gucke über die Straße und weiß, warum ich Läden, in denen das Wort Manufaktur drinne vorkommt, schon immer verspotte. Uh, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Komm hier. Hau rein. Es gibt in Gießen eine Social Media Manufaktur. Nein, irgendwie süß. Und das ist der Beweis, warum man seinen Laden niemals Manufaktur nennen darf. Auch wenn da so viel Handarbeit passiert. Aber beim Daddeln sich Handarbeit nennen. Jetzt mal im Ernst. Ich hab einen anderen Verdacht. Den äußere ich aber erst, wenn du zu Ende gerantet hast. Ich glaub, das ist schon zu Ende. Nein. Ich dachte, du, du, du kommst jetzt noch zu so einem Furioso. Komm, das ist bei klassischer Musik, da muss doch zum Schluss noch so ein Blumenstrauß bunter Gefühle und Schreierei kommen. Komm, ich google die mal schnell, dann kriegen wir das wahrscheinlich auch noch hin. Social Media, Anne. Ach, die haben nicht mal eine eigene Internetseite. Ja, deswegen, weil sie das alles noch mit der Hand machen. Die stöpseln wahrscheinlich ihre Telefonleitung noch mit der Hand. Das kannst du dir dann vorstellen. Fräulein vom Amt, können Sie mich mal verbinden? Plopp, plopp. Großen Hashtag als Logo. Man sieht ein Video, wo Leute an so modernen Bürotischen sitzen. Im Hintergrund hängen Fernseher mit irgendwelchen Social Media Seiten offen. Man sieht Smartphones. Man sieht eigentlich nur Leute an Laptops. Ach, guck. Kunden, die uns vertrauen. Bis, oh Gott, oh Gott. Das klingt irgendwie anders. Oh, der Notar hat uns das mit dem Haus gemacht. Das klingt irgendwie anders. Kunden, die uns vertrauen. Bis wo werden die Leute eigentlich abgebildet? Sieht man auch ihre Beine? Ähm, mich mal hoch. Oder wie bei Tagesschausprechern? Nee, nee, nee. Immer nur so die typischen Oberkörper des Radiosprechers? Ja, 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 ja. Dann äußere ich jetzt meinen Verdacht. Manufaktur heißt das Ding, weil unterm Tisch ganz viel abgeht. Ah, ja. Also, um jetzt noch den Witz perfekt zu machen. Direkt an ziemlich erster Stelle bei den Referenzen steht die CDU. Ja, und die hat ja das Internet schon ausgedruckt, ne? Dann ist kein Wunder, dass das eine Manufaktur ist, weil da muss ja jedes Bit einzeln zum Drucker getragen werden. Lassen die sich wahrscheinlich von denen auch gut bezahlen. Oh, herrlich. Stimme nochmal hochgehoben. Aber wenn die die CDU bedienen, dann muss ich sagen, Daumen hoch, macht die Partei ruhig richtig kaputt. Ich mach das jetzt wieder zu. Beziehungsweise, ähm, ihr ärgert die Steuerzahler, die sterben. Oh. Ich glaube, wir beenden an der Stelle mal den Podcast. Ja, bevor ich jetzt hier wirklich noch Worte hier reinschmeiße, die dann sofort die jugendfreie Flagge wegnehmen. CDU. Made my day. Ja, kannst du mal sehen. Mhm, also ich merke schon, der 470.000. Autorhythmisch-Designer wird nicht die Schlagzeile dieses Podcasts sein. Das diskutieren wir jetzt off-air. Das war kein Bier vor vier, Ausgabe 31. Danke fürs Zuhören. Ja, macht's gut und wir hören uns im November wieder. Auf Wiederhören. Tschüss, du.